Hallo, ich bin Charlotte, ich komme aus Deutschland und ich habe gerade fünf Monate lang mit Nueva Lengua in Kolumbien Spanisch gelernt. Danach, als ich leider wegen Corona nach Hause musste, habe ich das weiter online gemacht und würde euch das auf jeden Fall ans Herz legen, weil die Lehrer so nett sind, dass es für mich oftmals kaum zu unterscheiden war, dass man gar nicht vor Ort war. Aber diese wahre Liebe an ihrer Arbeit spürt man auch online und das hat einem so viel Spaß gemacht und auch den Willen gegeben, das online wirklich durchzuziehen, dass ich das gemacht habe und jetzt C1 in Spanisch bekommen habe. Außerdem muss ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, mit Ihnen Spanisch zu lernen, wenn man sich zurzeit in Deutschland befindet, weil aufgrund der Zeitverschiebung man seinen Unterricht immer nachmittags bis abends machen kann, was von großem Vorteil ist, wenn man vormittags zum Beispiel arbeitet oder anderweitige Optionen hat, die man gerade wahrnehmen muss. Und das für mich die beste Option war, jetzt in Quarantäne und in diesen Zeiten aus Deutschland Spanisch zu lernen und ich mich deswegen auch nochmal gegen eine Sprachschule in Spanien entschieden habe, weil ich dort nur vormittags, mittags hätte lernen können und es mir zeitlich abends besser gepasst hat. Ich hoffe, ihr entscheidet euch auch dafür, weil die sind super nett und das ist super, es ist eine gute Wahl.